als er dann das war für bessere waffen und diese waffen abkehrs und so was ja dann konnte ich es auch gut schnell zerschießen ich habe ja viel kills geholt und dann zwischendurch immer noch zwei oder drei abschusshüssen. ja jetzt wirklich das lag daran. was denn? an der munition und alles. ja es war auf dem verleichter die abzuballern fand ich ich kann durch die zöder runter. springen. ja die treppe runter. vorsichtig eines kaputt haben. durch die einschaft musst du klettern aber den rest kannst du durch die treppe alles. was ist los? bin aus dem fenster gesprungen. fenster gegatet? bin aus dem fenster gesprungen. warum? ich keine ahnung ich wollte über diese komische kaputte treppe springen und bin zu weit gesprungen und durchs fenster da draußen. hast du das aufgenommen? ja. stell das auf youtube. ey. nimm das auf auf jeden fall alter. nein das ist nicht witzig. ja kannst du dir so videos zusammenschneiden mit so austags mit witzigen sachen. das ist auf jeden fall witzig oder nicht? okay 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 okay